Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feindem Podcast Episode 152. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich klinge noch ein klitzekleines bisschen verschlafen, denn der Tag gestern, der war sehr lang. Wir waren spontan nach Kiel gefahren, beziehungsweise wir waren länger in Kiel geblieben, als wir es ursprünglich vorhatten. Am Freitag waren wir auf einer Party eingeladen, am 50. Geburtstag, das war sehr schön. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir am Samstag, also wir wollten sowieso übernachten in Kiel bei meinen Schwiegereltern. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir bleiben noch ein bisschen da den Tag über. Sind dann noch ein bisschen shoppen gegangen und haben uns in der Stadt rumgetrieben. Und abends waren wir noch beim Poetry Slam, einem Jazz Poetry Slam, wo also die Slam-Poeten begleitet werden von einer kleinen Jazz-Kombo, bestehend aus einem Pianisten und einem Schlagzeuger. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass die Slam-Poeten den Musikern nur so ein paar Hinweise geben, wohin es inhaltlich geht und was sie sich so vorstellen an Begleitung. Aber die eigentliche Kombination aus Text und Musik, die entsteht wirklich erst auf der Bühne. Und das war sehr, sehr eindrucksvoll, weil das bei einigen Podcasts... Quatsch. Nein, nicht bei Podcasts, bei einigen Poeten, bei einigen Texten einfach ganz hervorragend funktioniert hat. Wir haben ein unglaublich hohes Niveau gesehen. Wir sind ja selten in Kiel auf dem Poetry Slam. Aber das war verdammt geiler Scheiß. Also ich hätte... Wir haben auch nie weniger als sieben Punkte vergeben als Jury. Nee, sogar... Wir haben nie weniger als acht vergeben, weil das waren wirklich verdammt gute Texte. Auf einer Skala von eins bis zehn waren die wirklich alle sehr, sehr weit oben. Und am Ende gab es einen geteilten ersten Platz, weil im Finale es einfach keine Unterscheidungsmöglichkeiten mehr gab. Da geht es dann nicht mehr nach Punkten, sondern nach Applaus. Da entscheidet also das ganze Publikum. Und das war... Also manchmal ist das ja ein bisschen schwierig, wie der Moderator den Applaus einschätzt. Aber hier habe ich auch aus Publikums Sicht, glaube ich, also ich konnte das auch nicht auseinanderhalten, wer da jetzt mehr oder besseren oder tolleren Applaus bekommen hat. Das war sehr, sehr cool. Die Geschichte lief auch im Zusammenhang mit Nacht der Clubs. Das hatten wir auch so ein bisschen übersehen, dass die auch noch war. Ja, man ist ja halt nicht mehr... Wir sind einfach nicht mehr so viel in Kiel und dann ist es halt so. Nee, und wir hatten uns aber an den Tag überlegt, dass wir unsere Nichte dann zu uns einladen. Die haben wir dann abends noch abgeholt und sind dann zurück nach Husum gefahren. Die hat jetzt... Die pennen auch noch, meine Frau und meine Nichte. Und nachher, heute Nachmittag, wollen wir uns dann mal auf ein Schiff setzen und von Nordstrand aus rüberfahren zur Hallighoge. Eigentlich hatten wir überlegt, einen Tagesausflug nach Helgoland zu machen. Aber das geht nicht, weil nämlich eines der beiden Bäderschiffe, die von Büdum aus fahren, eine kaputte Schraube hat und deswegen nicht fahren kann. Das andere fährt nicht nur eine Stunde früher. Da ist auch unklar, wie es mit dem Ausbooten ist. Denn wenn man nach Helgoland fährt mit dem Schiff, dann halten die Schiffe nicht... Die liegen nicht im Hafen an in der Regel, sondern die bleiben auf Rede liegen. Und dann kommen diese Börteboote, das sind so offene Holzboote, die aber hochseetaugig sind, die kommen zu den Schiffen gefahren, gehen da längsseits und dann wirst du eingeladen und da an Land gebracht. Und das ist für Menschen überhaupt kein Problem, weil da nämlich eben an jeder Seite des jeweiligen Menschen zwei Typen stehen, die dich packen und die dich sehr kompetent in dieses Boot reinhiefen. Das Schwierige ist dann immer nur, wenn ein Hund dabei ist. Denn Hunde müssen alleine den Wechsel machen und da sind wir uns einfach nicht sicher, wie unser Hund das findet und ob sie das machen würde. Und um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, haben wir überlegt, dass wir eben mit der Reederei Hauke Rader nach Helgoland fahren, die nämlich bis zum 14. April tatsächlich in den Hafen fahren und das auf das Ausbooten verzichten. Und das waren eben bei der anderen Reederei, bei Carsten Eils, die auch von Büsum aus losfahren, war das nicht klar und wir haben das außerhalb der Geschäftszeiten beschlossen und konnten deswegen uns nicht mehr versichern, ob wir da denn auch nicht ausgebotet werden, damit es eben für den Hund ein bisschen leichter wird. Und ja, deswegen haben wir gesagt, dann fahren wir halt nicht und deswegen fahren wir nach Hallighoge heute Nachmittag um halb drei. Vorher müssen die aber erstmal ausschlafen, die feinen Damen, denn wir waren zwar gestern um kurz nach eins erst zu Hause, aber das hieß ja nicht, dass man sich da nicht doch noch den einen oder anderen YouTube-Film angucken kann. Und ich bin gleich ins Bett gegangen, ich war müde, ich war durch und die beiden haben noch rumgehext, ich würde mal sagen so ungefähr bis um zwei oder so. Und ja, jetzt mal gucken, wie der Tag sich so entwickelt, die sollen jetzt erstmal in Ruhe ausschlafen und dann werden wir uns irgendwann ein spätes Frühstück können oder ein sehr frühes Mittagessen mal gucken. Und um halb drei sitzen wir dann, wie gesagt, auf dem Boot, fahren zur Hallig rüber, haben dann da drei Stunden Aufenthalt und dann werde ich mal sehen, was ich da zu erzählen habe. Ich bin selber sehr gespannt, was man da machen kann im April. Mal gucken. Ja. Ach, jetzt sehe ich gerade in meinen Notizen, ich wollte diese Challenge annehmen. Aus, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt gehört, in Episode 151 gab es einen Audiokommentar von Johannes, der unter anderem den Devil Don't No Spielen Podcast macht. Und der hat mich ja zu einer hartgekochten Eier-Challenge herausgefordert. Ich verschiebe das auf nächste Woche. Habe ich vercheckt. So, kommt noch. Ansonsten war nicht so wahnsinnig, also es war ein bisschen was los natürlich bei mir. Ich hatte viel zu tun diese Woche. Ich hatte ja erzählt, dass ich mit dem Ü-Wagen unterwegs war. Wo war ich denn überall? Am Montag war ich, muss ich mal nachgucken, schon ganz vergessen. Am Montag war ich in Malente bei einer Gärtnerei und da haben wir ein Hochbeet gebaut. Das war sehr aufschlussreich und das ist, das fand ich sehr, sehr großartig, weil das ist halt so ein Gärtnermeister. Der hat mich mit in seinen privaten Garten genommen und da haben wir ein Hochbeet gebaut. Und der Typ, der brennt so für Gartenarbeit, dass du halt daneben stehst und gar nicht anders kannst, als das selber auch cool finden. Ich bin ja, ich bin voll der Garten-Noob. Ich habe auch überhaupt keine großartige Lust darauf. Ich träume immer davon, einen schönen Garten zu haben. Aber ich habe keinen Bock auf Unkraut, Jäten und so weiter. Also Rasenmähen geht, das funktioniert bei mir, das ist alles gut und ich kann dann auch mal irgendwie Hecke schneiden und so ein Tüdelkram. Aber so in so einem Beet rumrutschen und da die das Unkraut rausziehen, das ist nicht meine Welt. Mit so einem Hochbeet könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen. A ist es bequemer und B hat das einfach mit den Typen so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber da bleibt es dann wahrscheinlich auch bei. Am Dienstag war ich hier in Husum auf einem Schiff der Adlerrederei, denn die bieten zu manchen Jahreszeiten, also wenn es sich lohnt, wenn genug Touristen da sind, dann bieten die auch so Fangfahrten an. Das heißt, man kann dann eine Ausflugsfahrt mit denen machen und die halten dann ein Netz ins Wasser und ziehen ein bisschen Meeresgetier raus und erklären dann halt, was es da zu sehen gibt. Und dann werden die Tiere nachher wieder sanft ins Meer entlassen, nachdem alle Passagiere was gelernt haben. Und das kann man natürlich nicht einfach so machen, sondern da braucht man einen Angelschein. Und Valdi hat dann gesagt, ja gut, dann haben wir jetzt halt für unsere Mitarbeiter, holen wir jemanden, der uns die Theorie erklärt für den Angelschein. Und wer dann dazukommen möchte, der kann eben gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr da seinen Angelschein mitmachen in vier Tagen, was sonst irgendwie, ich weiß nicht, sechs bis acht Wochenenden dauert. Und ja, das war auch nett. Das war aber ganz kurz, weil die auch gesagt hatten, also bitte nicht mit Mitarbeitern sprechen, sondern nur mit dem Angelmenschen. Und insofern haben wir da nicht allzu viel gemacht und vor allen Dingen auch kein Blödsinn, denn es war auch ganz klar verabredet, die haben da in vier Tagen acht Stunden täglich Unterricht plus eine Stunde Pause. Die müssen ihren Stoff durchkriegen und die haben da keine Zeit irgendwie, wer weiß, wie lange Spülküste machen. Und dementsprechend haben wir es dann auch relativ piano gemacht und haben da nicht allzu viel veranstaltet. Ganz anders als beim Paintball in Dithmarschen. In Burg in Dithmarschen gibt es ein Paintball-Feld oder beziehungsweise einen Anbieter, der insgesamt fünf Spielfelder betreibt. Und da kann man eben entweder, da wird wirklich, das ist ja, das wusste ich gar nicht, das ist ein richtiger Sport mit Liga-Betrieb und Bezirks- bis Bundesliga. Das kann man da machen und man kann aber andererseits auch auf den Fun-Feldern spielen, wo also Firmen, Events, Junggesellenabschiede, Geburtstage etc. stattfinden. Und da bin ich draufgegangen, der hatte dann noch ein paar Spieler organisiert aus der Regionalliga-Mannschaft und da haben wir Paintball gespielt, live on air. Ja, das war sehr großartig. Die Übergang-Kollegen haben wir, also man muss da ja so eine Schutzmaske tragen, weil diese Pains, man schießt da ja mit Farbkugeln aufeinander und die haben eine Mündungsgeschwindigkeit von 190 Stundenkilometer. Die bremsen sehr schnell ab, weil die halt einen recht großen Durchmesser haben, die sind ungefähr so ein Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, der Wind hat da einen durchaus großen Effekt drauf, auf die Dinger und das heißt, die treffen auf dich drauf, das ist irgendwie, weiß ich nicht, bei, je nachdem wie weit du voneinander entfernt stehst, irgendwo zwischen 100 und 90 Sachen. Das heißt, man sieht die Dinger kommen, man kann aber dann nicht mehr ausweichen. Und, also ich kann es nicht. Und das war sehr witzig, also deswegen braucht man eben diese Schutzmaske. Da haben sie dann in die Schutzmaske rein ein Mikrofon verlegt und haben das da festgetapet und ich hatte dann einen In-Ear-Kopfhörer anstatt der normalen Over-Ear-Geschichten. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Mikrofon an den Spielfeldrand gestellt, damit man eben nicht nur mich schnaufen hört, sondern halt auch die Geräusche des restlichen Spielfelds. Und das hat einen Mords-mäßigen Spaß gemacht. Also erstmal Paintball spielen ist sowieso schon ziemlich cool. Das möchte ich häufiger machen. Die Truppe, die wir da zusammen hatten, die waren wirklich sehr witzig. Ich bin nicht dazu gekommen, mit denen wirklich on-air was zu machen, weil halt, wir sollten halt spielen. Aber das war einfach sehr, sehr witzig mit denen. Und es klang hinterher auch sehr, sehr gut. Also es hat einen Mords-Spaß gemacht und es war ein tolles Ergebnis und klang auch noch klasse. Und da habe ich mich sehr gefreut. Der Tag war dann aber doch erstaunlich lang, weil nachdem ich fertig war und gerade auf dem Heimweg so ungefähr die Drittel geschafft hatte, habe ich dann in der Nähe der Autobahn noch mir was zu essen geholt. Und da klingelte gerade, als ich losfahren wollte, das Telefon und unser, der Chef vom Dienst von den Nachrichten war dran und sagte, Mensch, wir haben hier ein Problem in Elmshorn, ist ein größerer Stromausfall und die Kollegen aus dem Studio Norderstedt haben alle keine Zeit dahin zu fahren. Hättest du vielleicht eine Möglichkeit? Ja, da musste ich kurz unterbrechen, denn ich wurde telefonisch zum Frühstück geordert. Warte, ich wollte noch die Geschichte zu Ende erzählen. Ich bin also nochmal losgefahren nach Elmshorn und habe von dort aus mit dem Redaktions-iPhone berichtet. Wir haben da so eine, die ARD hat da so eine sogenannte Moopro-App, mit der über Voice over IP eine HiFi-Verbindung möglich wird. Also man kann dann telefonieren, aber klingt halt, als wäre man im Studio so ähnlich, wie wir es mit Studio-Link machen, liebe Podcast-Kollegen. Und da habe ich ein paar Sachen noch gemacht und war dann so gegen sieben abends dann zu Hause. Und dann kam der Donnerstag. Da war ich auf der Raststätte Holmmoor an der A7, denn die A7 wird ausgebaut zwischen Hamburg und Bordesholm. Auf 65 Kilometern wird sie verbreitert und bekommt noch eine zusätzliche Spur auf jeder Seite. Und da war Halbzeit. Seit zwei Jahren sind sie da dran. Zwei weitere Jahre folgen noch. Und Ende 2018 soll der schleswig-holsteinische Teil komplett fertig sein. Das haben wir erzählt. Ganz spannend. Jetzt wird demnächst gebaut vor der Raststätte Holmmoor. Und da ist der Betreiber ganz unglücklich, weil nämlich im Bereich dieser beiden Raststätten drei Brücken sind, die alle abgerissen werden, weil sie natürlich nicht breit genug sind. Und jetzt weiß er gar nicht, wie er die Ware aus dem Lager auf der Westseite der Autobahn auf die Ostseite der Autobahn bringen soll. Da muss er noch ein bisschen gucken, denn im Augenblick ist es wohl so, dass die Fahrzeuge mehrere Male am Tag hin und her fahren. Und da muss er jetzt natürlich sehen, dass er seine Disposition, seine Logistik ein bisschen besser hinbekommt. Und am Freitag waren wir dann noch auf einem Campingplatz in Schleswig. Die haben am Freitag die Saison eröffnet. Und das war das Thema an diesem Tag. Und ich habe mal geguckt, wie die Dauercamper dort in die Saison starten. Das war natürlich, ja, ich will nicht sagen ein bisschen unglücklich, aber also die kamen halt kurz nach uns an, die ersten Dauercamper. Und hatten dementsprechend erstmal damit zu tun, sich zu unterhalten und zu erzählen, wie der Winter war. Und hatten noch gar nicht angefangen. Aber die konnten mir zumindest schon mal schildern, was sie vorhaben. Ja, gut. Inzwischen haben wir, wie gesagt, gefrühstückt. Gut, wir haben ein bisschen aufgeräumt und werden jetzt gleich mal uns dem Thema Körperhygiene widmen. Sprich, alle nochmal duschen gehen, was Frisches anziehen und dann geht's ab ins Auto. Und wie es dann auf Hallig-Hoge war und was wir sonst noch Feines unternommen haben, das hört ihr dann nächste Woche in Jörn Schaas feinem Podcast, dann in Episode 153. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020